Hi, willkommen bei MagmaMarkt24. Mein Name ist Daniel und ich stelle euch jetzt das Paulmann Seilsystem vor. Packen wir es mal aus. Es handelt sich um ein Komplettsystem, es ist ein Seilsystem, das heißt wir sind sehr variabel. Ich erkläre jetzt mal nach und nach, was wir hier haben. Das Kernstück ist der Trafo und daran werden dann über das Seil verschiedene Lampen angeschlossen. Wir haben zum einen diese LED-Leuchtmittel, die sind rundherum mit einzelnen LEDs versehen und bringen ein schönes indirektes Licht. Dazu haben wir dann einzelne Halogen-Spots, die in diesen Halterungen beweglich bleiben und so auch flexibel an das Seilsystem angeschlossen werden. In dem Komplettset ist alles enthalten, was man braucht, um es zu montieren. Wir haben hier insgesamt vier Halogen-Leuchtmittel und dreimal diesen LED-Kranz. Das Seilsystem wird über diese zwei Wandhaken angebracht. Es hat insgesamt eine Länge von sechs Metern. Das heißt, man kann die Leuchtmittel sehr flexibel individuell an diesem sechs Meter langen Seil anbringen. Paulmann gibt auf diese Komplettkonstruktion fünf Jahre Garantie und alle weiteren Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.